hallo und herzlich willkommen zurück zu start your belly wir sind heute unterwegs in unserem welly denn wir haben ja drei wochen ist es her mein gehirn sagt nö du weißt nichts mehr ich genauso sonntag 28 wie viele tage haben wir überhaupt noch das lässt sich auch nicht gut sagen was wir sagen können ist dass wir weintrauben ich denke mal die weintrauben die dürften wir doch mal sehr gut für manchen jolt jolt 7 an jetzt jetzt aber platz diamanten auch einschmelzen stimmt kohle das war ja irgendwas wir machen es mal so wumms und holen uns dann das silber dazu da können wir zwei von diesen sprintler machen genau und dann haben wir silber zählen 48 16 20 ja wir können so gesehen anfangen wir haben ja 17 bald ist glaube ich auch der herbst vorbei würde langsam hinkommen ja passt doch wir haben auf den oberschienen und das will ich mal gut können wir ja auch mal einsammeln wups 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 das sind ja im herbst ne aubergine 18 oder müssen wir noch ein bisschen ran da müssen wir noch ein bisschen ran aubergine müssen wir noch nicht züchten sondern abändern hier ne nein nicht futter brauchen wir es nicht so weg damit so die kohle können wir da lassen das auch das auch dann haben wir unser gut was kann mit dem anfangen was dürfen wir dem goldenen kürbis anfangen hier sag mal ähm ich weiß es ja recht das bier hier ne handwerkswaren ist ein bier in massen genießen ja genau machen wir in massen finde ich gut das iridium ernst das ist ja das nächst höhere ne das haben wir schon abgebaut stimmt wir sind eigentlich schon recht gut dabei ich habe vergessen da die drei drei wochen aufnahme pausen hier dass ich hatte zwangsläufig zwei wochen zwei wochen ne das stimmt wirklich drei wochen das sind wirklich drei wochen gewesen letzte woche irgendwie ja ich habe eigentlich genügend ich habe genug aufgenommen vor dem vom urlaub und dachte mir so ja 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 oder noch ein bisschen verlängern ist schön ja mach ich toll und irgendwie hatte ich irgendwie den rang dazu ich fand wo das geht echt schnell ich fand irgendwie nie den den richtigen lauf irgendwie ich weiß wie soll man das beschreiben ich war immer noch ein bisschen in einem anderen ich war ja ich war in einem anderen rhythmus so kann ich das sagen so kann ich das mitteilen ich war in einem anderen rhythmus so die frage ist was kann ich hier ich weiß aber sonst kann ich nichts nicht konnte man daraus ne wir konnten dann die probleme stimmt sie müssen sammeln die konnte man nicht man muss sich auch wieder daran erinnern schütten sternen sternen frucht haben die gewonnen ich glaube die haben wir gewonnen daraus können wir dann im sommer im sommer was basteln so weintrauben und preisselbäder recht viel ne glaube ich preisselbäder auf jeden fall dann machen wir mit weintrauben weiter aber ich wollte eigentlich mal gucken bevor wir irgendwas anderes machen ähm wie viele tage der monat hat weil wenn wir jetzt noch gießen müssen dann bringt das alles nichts wir haben 20 ne da unten haben wir einen 19 20 ich mache immer 4 8 16 und das bringt nichts wir haben ja 4 8 12 16 20 ja wir haben es weil eines ding machen wir mit einem baum da müssen wir irgendwie von dem hier ausgeben 6 ja schauen wir die frage ist wie viele tage haben wir noch denn wenn das der letzte tag ist wovon ich eigentlich nicht ausgehe wir haben bestimmt noch ein oder zwei tage mindestens vielleicht weil es 30 gibt aber ich denke immer 28 warum auch immer in diesem spiel denke ich immer 28 weil wir vier wochen haben ne doch ist der letzte tag morgen ist winter dann bringt es nicht mehr zu gießen ja bis alles noch äh herbst ich weiß ja nicht so recht was haben wir hier 10.000 noch nicht das erste war glaube ich 2000 2000 oder 4000 irgendwas 2 oder 4000 war das glaube ich das war für mich schon mittlerweile es war 8 knapp 18 oh süß wenn wir es mitnehmen dürfen warte mal kurz geht nichts ne der busrichtung kalico ist momentan nicht im betrieb der war noch nie betrieb wahrscheinlich noch nie so schön war es ne einmal schlafen das ganze hier wir haben dann winter ich bereite mir noch schon mal vor ne so wups 20 stück das reicht ey wir haben es echt geschafft ne nein so und nun machen wir mal vorsichtig Wege ne machen wir nochmal 30 stück dann hauen wir den hier noch weg so weil ja morgen wird eh alles anders weil ja morgen wird eh alles anders dann passt das schon irgendwie und diese Heuschrecken möchte ich schon sagen diese Vogelscheuchen müssen wir auch nicht ändern wirklich ne das passt ja eigentlich Wumms 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 alles ist schon da und ja wenn ich mal ein bisschen wieder müde bin oder so oder müde wirke es ist auch halb sechs morgens fünf vor dreißig mittlerweile und ich nehme schon zehn minuten auf ja passt ne passt alles gestern wurde übrigens auch noch ähm das äh Apple iOS 16 Update veröffentlicht ich bin im großen und ganzen eigentlich davon ähm ja ist ja keine große Änderung per se also alle die jetzt predigen huuu ja riesengroßes Update und so huge Update keine Ahnung was für mich ist das größte Feature gar nicht drin das ist auf das warum ich eigentlich aufs Update warte kann man schon fast sagen oder gewartet habe das ist gar nicht drin ne totaler Mist finde ich persönlich okay ich bin schwach wie ein wie ein Lolli schon ab wow okay na dann verbringen wir noch die restliche ich will eigentlich noch mit abbauen fertig werden und eventuell noch Umstrukturierungen oder müssen wir das auch schon fertig machen ne komm einfach weg damit komm einfach weg damit Party morgen ist eh andere Zeit morgen liegt Schnee und eventuell boi Schnee ich muss mit der Sense auch gut hin ne okay wirklich nur okay wir müssen aufhören okay 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 alles klar ja ja komm weg damit scheiß drauf schauen was das bringt und äh morgen ja haben wir dann einen wunderschönen Winter soweit ich rechnen können Null jetzt wird es kalt auf einen anderen Tag schwupps arschkalt ach wir mussten gar nichts abbauen mhm bin ich doof bin ich doof danke sehr jetzt können wir die beiden plötzlich ab ok ok wusste ich nicht ok hmm wann macht der Kollege eigentlich auf 9 Uhr brauchen wir noch was mehr ich glaube nur Kohle ne 3000 sind es glaube ich weil ich plane jetzt je nachdem mit stumpf oder ohne stumpf ne natürlich das ohne machen dann fangen wir hier an verschenken aber wertvolles äh äh Material so gesehen die Frage ist auch wie weit wir hier nach oben noch Platz lassen ne 2 3 4 aber dann hier anfangen oder sogar erst hier weil wir noch Zäune bauen möchten 1 2 2 6 7 8 9 10